ja liebe freunde hallo und servus ja heute abend ist ist es soweit 20 uhr 12 mai live würfeln mit jude mortimer und seinen companions ja ich gucke mal eben wo ist denn das so alles hier da gehen wir rein das ist hier in der kneipe von karagon gehen wir mal hier wieder raus ich werde mit finley spielen mit alistar und mit danken und dann werde ich den großen herausforderer den jude mortimer auch noch herausfordern und das ganze wird dann hier stattfinden an diesem würfeltisch also würfeln nicht vergessen einzuschalten eine fünf schön macht's gut ist dann ja 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 ja